wenn er nach hinten geht, dann ist aber trotzdem Wasser. Äh, ne, wenn du hierhin gehst, hierhin, in die Richtung? Ja, aber wenn ich das so nicht weggemacht hätte, dann würde ja von der Seite Wasser reinkommen. Okay, ist aber egal. Okay. Okay. So, als nächstes. Ja, aber auch hier. Ach, toll. So. Dann fließen die hier so geil lang und dann sind die hier. Und dann muss das da weg, oder was, hinter dir? Jo. Warte. Ähm. Boah, Alter, ich verstehe das nicht. Wieso? Das ist halt auch ein bisschen kacke, weil das mit normalen Spinnen ist. Wenn das ein Zombie-Spawner wäre, wäre das einiges geiler. Ähm. So. Ähm. Warte. Hä? Ja, und jetzt? Dann wurde das hier weg. Was? Hey, wow. Dann schwimmen die doch bis dahin. Das kann man ja irgendwie noch... Oh nein. Ich bring die hier geil rum. Äh. Ist ja mega einfach zu verändern. Das ist nicht schwer. Moment. Und? Das machst du ganz einfach. Ich brauche jetzt mal ein paar Schäler. Mach mir mal ein paar Schäler. Machst du Holz? Ja, hatte ich. Toll, hatte ich. Geil. Ach. So, jetzt leg ich mal hier raus. Ist ja schlimm. So. Jetzt mal gucken, wie weit ist das? Eisen, das ist eigenes Feld. So, Eisenbüchel, rein, Holz. Ich hab vier, wow, mäßige Holz. Teile nicht. Wir möchten hier Holz. Ja, das ist schlimm, wir haben ja hier Holz. Sind's müd? Ja, das geht. Wollen wir die anderen Spawner da auch noch irgendwie mit reinbringen? Nee. Ja, nicht jetzt. Oh, lol. Guck mal. Guck mal her. Wo bist du denn? Ja, hier. Hier oben. Hier, hier oben. Ja, siehst du mein Name? Ich hab diese Holzstämme abgebunden, guck mal was ich gefunden hab. Ja, wahrscheinlich. Was ist denn da? Auf. Alter, wie viel das ist? Das war sozusagen. Ich weiß, wie viel das waren? Sechs. Wow. Das ist alles meine, dann gib mir die her. Nee. Alfgern Eisenschwert mit Schärfe fünf. Wow. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Ich hab mir auch Wurst. Der hat mir Wurst. Der hat mir Wurst. Ein paar Schilder. Ja. Ja, was mach ich denn hier, ey? Kann ich hier, ich Talente. Das ist ja hier. So. Ähm. Ja, scheiße. Ähm. Ähm. So, liebe Leute, ich mach jetzt hier auch wieder Pause, wir bauen hier jetzt zu Ende. Bis dann, ciao. So, damit herzlich willkommen zurück. Zuletzt waren wir mit Lorenz da und dann hab ich und Lorenz offscreen weitergemacht. Jetzt ist ja Niklas dabei. Mit meiner Noob-Ausrüstung. Mit meiner Noob-Ausrüstung und euren 80.000-Diamantrüstung, was ihr jetzt wahrscheinlich habt. Nee, aber guck mal, hinter dich. Ja. Ein bisschen weiter hier, von mir aus, hinter das Portal. Hinter das Portal gucken. Ja, da ist ein riesiger, äh, ah, da ist ein Häuschen. Naja, das sowieso, aber... Ganz viel Stein, okay. Das ist eine Bahn. Und zwar eine Eisenbahn. Das ist voll hässlich alles hier, Alter. Das ist scheißegal, komm mit. Weißt du was, dann baue ich mir einen riesen Schwanz, wo ich drin lebe oder sowas. Hä, wieso, du hast doch da dein Hexenhäuschen. Das ist doch noch gar nicht für dich. Ja, klein und da baut jetzt... Wir bauten das riesen Ding jetzt da unten. Ja, das ist Lorenz. Ich meine, ich will auch so ein geiles Haus haben. Ja, warum machst du das nicht? Man ist voll die Pistbude. Ja, ich hab gedacht, das machen wir alle so schön und jetzt ist ja alles so hässlich. Ich führe dich jetzt mal zu unserer Farm. Döhm, 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 döhm. Ja, wo bist du jetzt? Aber du bist so dumm, warum nimmst du denn kein Lore aus der Lorenkiste? Döhm, 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 döhm. Was machst du da? Soll ich den Lore mitbringen? Das ist ein langer Weg. Ja, schick meine vorbei, schick meine nach oben. Dann springe ich gleich rein. Du musst übrigens F5 drücken, damit du was siehst. Wie F5? Ja, F5 da drin. F5 da drin drücken, dann kannst du dich umgucken. Wunder dich nicht, die ist extrem lang. Und ihr liebe Leute, die ist extrem lang, die ist aber nicht gecheatet. Das ganze Gold haben wir innerhalb von 16 Stunden zusammengefarmt und ja. Ach so, das Gold hier von Rails. Ja. Ja, schon, dafür brauchen wir auch Gold. Aber mega viel, Alter. Ich glaub, hier baue ich irgendwo. Ja, hier, also die Brückenverbindung nach hierhin steht. Oh. So, geh raus da und dann musst du die abbauen. Hm. Shift. Weil ich muss erst wieder F5 machen. So. Oh ja, Pilz, yo. So, komm jetzt mit. Hier, hier stütze dich jetzt einfach runter. Ja, außer du bist dumm. So, jetzt stütze dich hier in die Wolke hinein. Ich hab nen Schritt nach vorne gemacht. Mann, bin ich dumm. Pfff. Was mit deinen Items? Lass die bitte da. Uiiiiiii. Oh, jetzt fällst du dich rein. Okay, oh nein. Ich hab deine Items egal. Ich geb dir die gleich alle wieder. Ja. Alter, hab ich jetzt viel. Warte mal, ich schmeiß alles hier hin. Weil ich stell mich hier in die Ecke und schmeiß alles da hin. So, das war deins, das war deins, das war deins, das war deins. Das Diamantschel ist deins, der Bogen ist deins. Da, deins, deins. Ihr alles deins. Deins, 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 deins. Deins, deins. Bleib mal bei den Scheiben stehen. Vielleicht gleich direkt was hast du das. Da, die Falle sind auch deine. Das war mein Bogen, die Fackeln. 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 Wie viel Reds hast du denn da? Ähhhhh. 15. Ja genau. Das war noch. Der Rest von den Ganzen. So ich war sie hier. Ja, macht das. Und da sind wie bei einem Monster die gerade verrecken, das ist ja wie in so einem so einen schlechten Horrorfilm Folterlager sind da nicht Skeletten ja genau das ist ein Spawner also das ist eine Spawnfallung genutzt ihr habt ihr die mit Silk Touch abgebaut ein Skelettspawner kann man ja nur wieder hinsetzen wenn man den mit Silk Touch abgebaut hat ach so da war ach so ihr habt hier unten Dungeon gefunden ja nicht nur ein wir haben über 4 4 gefunden ab drumherum alles abgast so ich hab gedacht ihr habt die mit Silk Touch abgebaut nein hier so jetzt kommen einfach ach so ist das jetzt alles meins so pass auf pass auf jetzt schlägst du nein schläg mal hinter schlag mal hinter dich einfach die Skelette ich hab kein Schwert alter die kommen ja alle runter gefallen wir warten jetzt einfach bis die nächsten gespawren sind ja die kannst du haben ich hab hier alter ich hab Leder Schuhe siehst du da kommen die nächste runtergefallen dann können wir die mit einem Schlag töten ich war auch ein Schwert und ich mach's für die Axt ja das kannst du auch machen hey hast mich gerade geschlagen du musst ein bisschen weiter raus gehen dann treffen die dich nicht ich brauch was zu essen ist ja was drinne äh Kauten ich hab ein Bogen Stärke 2 ja ich hab 39 Karotten und bin ein Skelett ich hab ein Stärke 2 Bogen für zu lassen bin ein Skelett ohne Pfeile hey ne du kriegst hier schnell Pfeile ich hab ach warte ich geb dir einfach ein Stack ab von denen weiß ich jetzt mach ich cheat jetzt ich nehm jetzt mit meinem Bone Meal Hack und jetzt mach ich mich so riesig so vier Blöcken groß ey Hortenkampf und hier kann man dann immer die Dinger umklatschen muss man eine Frage muss ich jetzt echt die ganze Leiter hochlaufen yep weiß was die hier hin machen müsste ein Lorenaufzug bestimmt der Junge weiß wie lange wir allein für die oh alter ja aber die Treppe hochlaufen ist doch voll von Arsch alter so ich muss jetzt hier ne Treppe unter mir abbauen dann kommst du den den Hör auf kein Holz dabei ne ja doch aber däm 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 oh ich weiß was ich baue Achtung da oben äh also du kannst ja gleich auch ne Schlucht anbiegen und von daraus kannst du ein Bergwerk Alter ich weiß dass ich jetzt baue gibt's irgendwo zwei große Berge also in unserer Gegend da also ähm ja hier eine hier zum Beispiel nein in unserer in der Gegend wo ja alle eure Häuser gibt's da irgendwo zwei Berge die jetzt nicht so mega weit auseinander sind wo man eine Brücke zwischenbauen könnte ja also jetzt sagen wir mal so 30 40 Blöcke auseinander oder 50 50 geht auch noch ja zeig mir mal irgendwo die Geschichte können wir gleich gucken ich hab gar ne richtige Idee gehabt äh gekriegt was ich bauen will wenn ich genug Holz finde für so ein Projekt woher ist ja einiges Holz haben wir genug wir haben auch alle 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 Arten mittlerweile dann nehm ich hier auch ein bisschen was mit auch das rote auch das rote Akazienholz rotes Akazienholz haben wir auf der anderen Seite ja 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 kann ich hier alles ich fahr mir ein bisschen Holz ich komm äh Katzen mir ne Lore da lassen hab ich bereits okay dann komm ich nachher ja wenn ich hier den Walzer stört hab Greenpeace vor Greenpeace vor hell warum ne weil ich ausgestiegen bin ist der Lore jetzt weg ja die eine aber ich hatte ja mehrere mit also ich will Gott sagen viel Spaß beim gehen ja ist cool ne wenn man sich so umguckt dann ist das echt geil da unten ist auch so eine große Sumpfwelt und dann hab ich noch ne Höhle gefunden die ein Durchgang zwischen unter zwei Flüssen durch ist ich seh da grad schon einen Berg auf jeden Fall was willst du denn mit den zwei Bergen machen? ähm ich will ne so ne Hausbrücke dazwischen bauen so ne riesen Brücke so episch aus mit so mit Holz und all zu gestalten und dann so ein richtig fettes so ein schlossartiges Holzteil dazwischen draufsetzen sowas wollte ich bauen ähm ja warum ja weil ich da dumm war ich bin einfach von dem äh äh wo sind jetzt alle Items? äh direkt vor meinem äh vor meinem alten Berg von dem alten so ich dachte jetzt du bist jetzt irgendwo mitten von der Railbahn runtergefallen weil du ausgestiegen bist und die liegen jetzt irgendwo im Wasser nee das wär ein bisschen doof das wär Horror alter das wär ein bisschen doof ja äh übrigens hier der Low also der Lorenz der hat äh über 23 Diamanten noch gefunden ich hab gar keine Diamanten ich hab ne Eisenachse die fast kaputt ist ist das auch gut? ja das ist kommt nah dran kommt nah dran kommt nah ran aber das ganz ja ne eine einzige Sache fehlt dir nämlich eier oh wenn ich hier oh alter was ist denn das denn Berg hier wie hoch ist denn der bitte? der ist also das hat auf jeden Fall lange gedauert sich von unten noch äh oben zu buddeln ja sieht auch so aus aber ich denk mal die Bahn habt ihr komplett oben gebaut na also einfach so stein genommen und dann lang gelaufen ja 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 klar wie sollen wir die jetzt? ich hab sie schöner gefunden wenn wir alles so ein bisschen durchstylen aber jetzt habt ihr überall schon so Striche in der Welt gebaut ja das kannst du natürlich kannst du das alles wieder abbauen das ist kein Problem ich glaub ich geh ein bisschen weiter weg und baue dann irgendwie eine Eisenbahnstrecke zu mir hin ja das kannst du gerne machen ja aber Gold haben wir keins mehr nicht oder 10 Stück vielleicht noch du dann geh ich selber irgendwie fahren ich hab mittlerweile auch ein Geheimversteck wenn ich ruhig trolle und dann weggehe wir haben ja jetzt 4 Tage Wochenende 2 Tage davon hab ich keine Zeit also zumindest nur abends aber den Rest werde ich dann wenn wir hier ein bisschen Offscreen spielen können werde ich richtig farmen, farmen, farmen und dann läuft das wenn das in Ordnung ist Offscreen zu farmen ja das Ding ist ähm okay das ist meine Lore so und wo ist der Knopf? wo ist der Knopf? wo ist der Knopf? wo ist der Knopf? äh wo ist der Knopf? vor dir ach klar warte ab geht's oh Achterbahn Sound hajao Achterbahn Sound ey du bist mir so ein Achterbahnfahrer weißt du wird schlecht in dem Auto von meinem Vater weißt wir können jetzt auch auf Level 30 verzaubern wenn du da in der Farm länger bist dann ich hab Level 7 ach so wenn du gleich da bist dann komm mal bitte äh zum Höllenportal mir ist grad was aufgefallen mhm die haben jetzt in Peaceful den Hungerbalken entfernt äh nein mein Hung... ich hab keinen Hungerbalken sicher? ja ich hab Hungerbalken ich hab keinen ist das vielleicht ein Lohren Bug? ich komm mal nicht da raus ah ok war Lohren schau mal beim Lohren hey dann müsste es ja auf Pferden inzwischen auch so sein ah Junge hör auf Alter wenn ich hier runter falle ne ob du hier runter fallst Alter und selbst wenn dann bist du ja immer noch mega in der Nähe bitte töte mich nicht Tade so wo bist du jetzt? hier ich will dir jetzt was zeigen so komm mit Dierschwert in meiner Fresse ja das würde ich würde ich dir gerne zeigen einmal habe ich hier den lavastrom beendet bungee jumping oder salz gerissen tot auf jeden fall hühnchen oh Junge hört auf die hühnchen zu killen ich brauche noch mindestens eins um die aufzuhängen ich glaube ich sperre mir in meinem neuen Haus ein Hühnchen im Schrank ein alter so richtig pervers hast du eine Axt für mich mit der ich holz abbrauchen kann so komm mit hast du eine Axt? nee noch nicht war der erst erst muss ich erst müssen mitkommen so okay das ist mein krass ist die Fackel links gehen sie richtig das heißt wenn die Fackel links ist geht man Richtung Ausgang